Gini und Dagonet heißen euch willkommen zur dritten Runde. Mal sehen, was wir jetzt erwischen. Wir warten jetzt auf ein paar Spieler noch, aber was soll's. Das Lustige ist, Gini, sein Charakter hat einen geilen Namen. Nein, den habe ich gar nicht genommen diesmal. Oh, diesmal nicht. Oh, schade. Wie heißt der diesmal? Also, meiner heißt irgendwas mit Willis. Den anderen muss er nachher nehmen. Also, ein zweiter Charakter heißt Luke Norris. Schätzungsweise der Bruder von Chuck Norris. Eventuell. So. Ist da was? Ja, aber er zittert zu sehr. Oh je. Warte, warte, aber den da, den erwisch ich. Oh, der zittert ja auch wie die Sau. Fettshot. Oh, die alte. Ich muss den Kopf treffen. Und schön weg damit. Keiß drauf. Hauptsache auf den Buddy erstmal geschlossen. Ist mir auch egal. Oh, da vorne bewegt sich irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Irgendwas hat sich bewegt. Ach, ein Heulenhund. Achtung. Auf mir nicht das nicht mehr. Das ist eine Meute. Jo. Link. Nein. Scheiße, ich konnte nicht mehr reagieren. Jetzt liegt das an dir. Hast du sie alle? Yeah. Nein. Ah, okay. Jetzt. Jetzt wird's nicht mehr. Das ist eigentlich die 8. Alter, das sieht aus wie ein Molotow. Oh, guck dir mal mein Messer. Das ist kein Messer, das ist eine Machete. Alter. Hier gibt's Munition und Hell. Wo? Ah, da. Sehr schön. Guck mal, da liegt einer. Und der gammelt schon. Scheiße, scheiße, Schüsse direkt voraus. Ja, ich hör's. Komm los hier weg. Wenn die hinkommen, nehmen wir die nieder. Siehst du was? Nee. Hier noch keine. Aber ich hör sie schon sehr eindeutig. Ah, du bist mir direkt am Schirm gewesen. Schwer zu sagen, wo die jetzt sind. Die waren sehr, sehr nah. 240 sind welche. Das wird man. Was sind die? Kommt schon raus. Kommt raus, kommt raus. Wo immer ihr seid. Putti, putti, put. Was war denn das denn Geräusch? Klang wie eine Explosion und furzt zugleich. Das ist unheimlich. Das ist unheimlich. Meinst du, wo sind die? Keiner. Ich schleich mal ein bisschen weiter nach vorne. Die sind da vorne irgendwo. 165. Ich denke, das kam ja aus 195. Die müssen da irgendwo auf so'n Gebäude sein oder so'ne Scheiße. Na, was sagen wir die hoffen? Da vorne sind Gebäude. Die rennen da bestimmt rum. Ich geh mal ein bisschen näher ran. Ich weiß nicht. Ist das ein... Nee, das ist nur ein Zombie. Ich glaube, da oben läuft... Nein, ich sehe den Spieler. Fuck. Ich treffe ihn nicht. Oder... Ich weiß nicht. Die Kugeln kommen irgendwie nicht an. Wo war denn der? Äh, auf 165 ungefähr. Der ist oben auf dem Dach gewesen. Von dem weißen oder von dem roten? Äh, er hat auf dem roten oben drauf. Und dann ist er Richtung Zweise gelaufen. Der ist irgendwo da. Ich weiß ja auch nicht, was das eben war. Ich hab auf ihn visiert, geschossen und... Ja, irgendwie wollten die Schüsse nicht auf ihn drauf. Ich weiß nicht. Womöglich haben die Blätter die Schüsse abgewehrt. Das wär ja geil. So'n gleichen Bug kenne ich schon aus PUBG, ey. Jetzt weiß der natürlich, was los ist. Tja. Wat nun? Kacke ist. Ja. Auf der anderen Seite von uns sind nämlich auch welche. Shit. Ähm, warte mal. Ich sehe doch... Ich sehe vor mir, äh, da unten am weißen Häuschen ist doch ein... Ähm... Fass. Fass. Wenn das hoch geht, brennt doch die ganze Hütte, oder? Müsste eigentlich. Was meinst du? Drauf schießen oder nicht? Okay. Ja. Das war's. Bila rechts im Wasser. Wo? Rechts an dem Steg vorbei. Geht jetzt rechts den Hang hoch. Ich seh nix. Auf 195 müsste er gleich irgendwo auftauchen. 95. Hat die Kräne aufgescheucht. Okay. Wissen, dass wir hier sind. Denk ich. Das ist ungefähr... Hast du gehört? Mh. Da oben. Ich seh ihn. Treffer. Erwischt. Er läuft. Versteckt sich in Dickicht. Bei zwischen... Fast bei 210. Er versteckt sich da. Muss ich erstmal wrecken, der Kerl. Oh, da hinten. Ich seh was. Treffer. Dach die Macht. Ähm... 210. Da. Ähm... Guck dir durchs Fenster. Ich hab'n richtigen Headdy verpasst. Ich lad nach. Kugel. Schießt er auf dich? Ja, ja. Er schießt auf mich. Aber er weiß nicht, wo ich genau bin. What? Jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich gesichtet. Ich schau mich. Noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich hab'n nicht mehr im Blickfeld. Aber er hat mir ganz gut einen Schuss verpasst. Kann ich mir nochmal so ein... So ein... Nein, kann ich nicht. Doch. Nee, kann ich nicht. Shit. Nein, 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 nein. So was will ich... So eine festgefahrene Situation hier. Ja. Wenn ich näher rankommen würde, dann könnte ich das Ganze in Brand setzen. Wo du jetzt mittlerweile kannst du nicht mehr mehr sagen, ob er da ist oder woanders. Ja. Da bewegt sich doch am Fenster. Er hat mich wieder. Am Fenster ist er. Scheiße, er hat mich gesehen. Dann ist sie weg. Ich rack mich wieder ein bisschen. Wow. Wow, schießt der. Ich weiß nicht, ob das mir oder dir gilt. Ich weiß es nicht. Also, wenn er mich noch sehen sollte, dann ist das ein bisschen komisch. Aber ich schätze mal, er vermutet, dass ich wo bin. Ich glaube, der ist noch am Fenster, aber ich bin mir nicht sicher. Schießt mal verdachtsmäßig. Schießt mal verdachtsmäßig. Ja. Er ist noch am Fenster. Er schießt zurück. Er schießt scheiße. Er schießt scheiße. Der Witz ist, ihm geht irgendwann die Muni aus. Und mir auch. Scheiße. Guck'n, ob ich da... Ah, er könnte mich jetzt sehen. Oder auch nicht. Also, er ist noch in der Hütte. Und ich hab diesen schönen Brandsatz bei mir. Wenn ich's schaffe, da ranzukommen, verbrennt er in der Hütte. Ich hoffe, er sieht mich jetzt nicht. Ich hab auch nur den einen gesehen. Ist der zweit? Von dem ist der schon tot? Ich glaube, die sind weg. Ich bin jetzt in dieser Hütte. Na, sei vorsichtig. Ich drohe dem Frieden nicht. Mach das nicht. Hast mich grad so tot erschrocken. Holy shit. Ich hab jetzt gedacht, scheiße. Da ist einer hinter mir oder so ein Scheiß. Also, wenn jetzt echt mal einer sich fragt, was ist hier schlimmer? Die Spieler oder die Monster muss ich sagen? Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Oh, scheiße. Der ist irgendwo hinter mir. Der schießt auf mich. Das kam oben vom Hang irgendwo. Der ist ja schlecht geschossen. Wo? Sehen. Wo ist er? Hat mich. Oben auf dem Hang. Fuck. Wähl doch endlich die Scheiße aus. Ah. Scheiße. Was ist das denn für ein Sniper? Da geht ein Stufe 7 Hunter daneben. Oh, das tut so scheiße, ja. Das tut mir echt leid, ey. Fuck. Das war ärgerlich. Kann man nicht ändern? Ist so. That's a game. Oh, ich mein, ich hab vorhin... Ich hab ihn hätte verpasst. Warum überlebt der das noch? Oh. Naja, wir haben unser Bestes versucht, Leute, ne? Beim nächsten Mal gibt's... Haben wir bestimmt Glück. Also... RIP Stanley Cochrane. Ball. Drückt auf den Like-Button, wenn's euch gefallen hat, ne? Und lassen Kommi da. Wer liked denn, wenn Leute sterben? Oh. Oh.